6 verschiedene Fahrzeuge, modernste Fahrzeuge der Elektromobilität, kommen aus Zwickau. Und zwei davon sind Audis. Und was für welche? Der Q4 e-tron ist ein spannendes Fahrzeug mit allen technischen Raffinessen und vor allen Dingen mit einem Antrieb, der seinesgleichen sucht. Ich wünsche allen Mitarbeitern von Volkswagen hier im Freistaat Sachsen und allen Kunden von Volkswagen viel Erfolg und viel Freude beim Fahren. Vielen Dank.